Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Videoformat, hier ein SPB. Heute spielen wir um den guten Max Gruße, den guten Pimmel Gruße, da wir beide den gemacht haben und Bock hatten, einen SPB aufzunehmen. Und da stehe ich schon die erste Frage, welche Formation spielst du? Ich spiel 4-3-3 normal. 4-3-3 normal? Ja. Ich spiel die 4-2-2, die zweite. Alles klar. Ich bin fertig. Ich vermute, du hast zu decken. Ich hab auch nicht geschüttelt. Alles klar. Willst du anfangen, oder soll ich anfangen? Fertur zuerst von mir. Alles klar. Ich fang bei mir im linken Sturm an. Da spiel ich den guten, äh, neu gewechselt zu Real Madrid, Luca Motrisch in Form, 86er. Aha! Und im RM spiele ich, äh, Pulisic. Was ist das für eine Karte, diese UEFA Champions League Weg ins Finale Karte? Hier. Du hast doch komplett, ich hab aufgeschrieben, Werner und Sancho. Nice. Darf ich beide behalten? So, ich vermute, was du machst, ich war mir echt nicht sicher. Also, ich hab links, hab ich Sancho, Ray of Demons. Mhm. So, wo ist der? Ja, und rechts? Und rechts, ähm, die gab es nicht in der Bundesliga. Ja. Und rechts hab ich den Lazari-Team of the Season, den ich durch irgendeine Wochenaufgabe bekomme. Ich werde es detalieren, dass du wieder. Ah ja. Ja, ich hab Coman und Sancho aufgeschrieben, aber den Sancho auf der rechten Seite und nicht auf der linken. Ich wusste, dass du beide hast, deswegen wusste ich nicht genau, wie du's machst. Na ja. Alles klar. Ich, ich, ich mach, ich fang wieder an. Also, du hältst rein. Ja. Damit wir gleich einen Reinfall haben. Ah, jetzt hab ich tatsächlich ein bisschen Angst. Ähm, LM, könntest du drauf kommen? Ähm. Bin mir wunderschön, ja, da spiel ich Team of the Season Tadic. Dann im, da, auf dem bist du auf jeden Fall, ah, ich weiß auch nicht, auf, dann spiel ich im linken ZEM Melinovic oder Melinojec oder wie so heißt, auch einer von der Liga, also Serbien aus der englischen Liga, das ist ein 79er-Jahr. Jetzt, da konnte ich eigentlich jede Freiheit nehmen, hier drüben, auf der, auf dem rechten ZDM. Da könnte ich jeden spielen aus der Bundesliga. Und deswegen nehme ich, ja, Geologie. Komm, hab ich lange nicht mehr gespielt. Wow, ich hab aufgeschrieben, Witzel, Groß und Knappi. Wow, da hätte ich ja, hier anders nehmen können. Ich hatte echt keine Ahnung. Also, rechte Z, nein, linker ZM. Mhm. Ich hab nie gespielt, aber keine Ahnung. Ist. Ist. Raphael. Sag ich nicht, warum. Wow. Dann mittleres ZM, ist Dem hierbei, Team of the Season. Wow. Und, ähm, rechtes ZM, ist, wie heißt der, Zaniolo, Team of the Season, den ich auch bekam, aber hab ich alle drei nicht. Ich hab Reus, Eusebio und Ellen. Ja, als ob ich Eusebio reinsteck, Alter. Man weiß ja nie bei dir. Und dann vor dir, und dann stoßt du den ab und dann heule ich. Man weiß ja nie. Bei dir weiß man ja nie. Ah, ich hab Schiss. Ich hab echt Schiss. Links könntest du wissen... Ah, ich hab's. Äh, liegen SPC. Und rechter Verteidiger. Feind bis Saka. Oh, denne kommt. Nimm mal, nimm mal Jettlin. Wen hast du aufgeschrieben, Bananat? Wow. Okay. Okay. Du darfst rein. Deine Spiele reinmachen. Ähm. Ich hab links. Habe ich... Was hab ich schon mal unten da? Ne. Ferrero. Von Dortmund. Und rechts. Habe ich... Scho Cancelo in der Form mit den 8-8-4. Wow. Wow. Halstenberg und Kalabrin. Wow. Von A ist rum. Ich fang mit dem rechten Innenverteidiger an. Da nehme ich... Hm... Ja, Moment. Ich hab den gerade nicht. Den hab ich irgendwo abgegeben. Auf jeden Fall ist es... Müsste es Bowling sein. Auf der rechten Innenverteidigung. Von... Was ist das? Alter, wie viele Special-Cards gibt's denn hier? Ist ein 78er-Gold-Karte. Meine ich. Wenn der irgendwann mal kommt. So. Nein. Äh... Oder 66... Ich glaub 76er... Ja, genau. 76er-Bowling. Dann auf der linken Innenverteidigung... Ake. Ake O. Und im Tor... In von Peter Töch. Wow, ich hätt auch Van Dyke spielen können, Mann. Ich wollt erst Van Dyken. Alles so. Linker... Linker Innenverteidiger. Der gute alte Mann. Von FIFA 18. Oh nein. Kevin Vogt. Ja. Ah, du... Dann rechter Innenverteidiger. Vassali. Und im Tor... Donnarumma. Fuck. Pass, Grinja und Handanovic. Alter, den hätt ich... Das ist ein Grinja, aber ich weiß, hätt ich Fass genommen. Aber hab's ihn doch nicht gemacht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also, hier ist eben noch das Team von Sascha. Oh yeah. Nein, nein, nein. Dein Rechtsverteidiger. Der trifft nicht. Rechter-Mittelfeldspielder. Komm, Gruße. Wo ist schon wieder meine Abwehr, Alter. Nein. Wow, Mann. Oh, wie er arrogant machen will. Hey, hey. Die, die ist so kacke. Hey, Mann. Komm, Jovic. Digga, ich weiß, was ist das für ein Abwurf. Das war bei MyFoodChampions fast bei mir genauso. Ja, ich hab's gesehen. Bestes Abwurf. Ich drück volle Karte durch, der wirf zwei Meter und direkt zum Gegner. Danke, das ist ja dein Weg. Komm, Gruße. Digga. Ja, ich wollte sagen, passt halt nicht zu Max Gruße, der freisteht. Oh fuck, das könnte jetzt, das könnte jetzt, das könnte jetzt wieder sein. Ach, okay, oh. Nee, Schiri, faul. Ach, los. Na? Ah? Ja, super. Nein. Egal, Sancho kann nicht schießen. Was macht er denn? Peter Cech, bester Mann. Der hält einfach alles. Der grischt einfach alles um. Jawohl. Da hab ich überhaupt nicht hingespielt. Ja, hast du immer so gedacht, hä? Ja, manche fallen aber rein. Uch. Hey. Na, hör auf. Bitte, Rot. Jetzt, der macht einen Freistuch. Oder so. Nix? Willst du dich verarschen? Na ja. Komm. Alter. Ich kann Freistuchze absolut nicht. Komm. Alter. Ey, willst du dich verarschen? Willst du dich komplett verarschen? Ja. Jawohl, Alter. Stark, Irologie. Nein. 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 Oh Gott, Alter. Wie er sweated. Ja, okay. Sorry. Ja, er muss. Ey, dieser Vogt geht mir jetzt schon wieder auf die Eier, Alter. Willst du einfach mal reingehen, was? Du hast einfach meinen Lieblingsmensch zu einer Verteidigung einfach zu meinem Hassfeind gerade gemacht, gell? Gruße. Und er macht natürlich den Saldo. Wuh. Ja, ich kann es eigentlich für mich nicht immer. Nein, Mann. 1-0. Er ist zu langsam. Komm, Jovic. Zum Ball. Nein. Gruße. Wer ist er? Wer ist er? Ach so, mein ZDOM. Mach ihn. Jawohl. Das ist doch dein ZDOM. Sein Name hört sich einfach an wie so ein Bronze-Spieler. Gruß. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Er macht hier. Erkomme. Nein. Ja, schieß doch, wenn ich drück. Nein. Alter, Doppelpack. Ey, was ist das Spiel? Ich versteh's auch nicht. Hauptsache, es fallen gar keine Tore, dann hatten sich die Tore und dann drei Tore. Nein. Nein. Jovic. Guck dir das doch an. Komm, ich mach die Russenocke nicht. Ey. Was machst du? Keiner Jumel, Alter. Ah. Richtig Sinn. Richtig Sinn, nein. Das kann's doch nicht sein. Nee. Ich bin super, aber ich kann's sein, nur an den Doppelpacken. Und was für ein Tier drin. Nein, kann nicht sein. Ich kann's probieren, aber... Nein, guck mal, ab 18 Minuten musst du gar nicht mal schneiden. Kannst einfach alles so laufen lassen. Tu es, du wirst doch das Tor machen jetzt. Guck dir das an. Sorry. Was ist das für ein Spiel? Bist zu 80, dann ist doch noch 1-0. Und damit ist das Ding sicher. Wieso fangt's der Uhr an, Sonny, gell? Das ist ja der Ehremann. Gruße, ey! Jawohl. Was war das denn? GG, Alter. Gruße, man of the match, verstehe ich auch. Ey. Wir sehen uns dann beim Abstoßen. Ey, was war das für ein Spiel? Guck mal, die Kurie gefallen ist ja. Okay. Okay. 4-3-3, die Normale spielst du, gell? Ja. Ich muss jetzt überlegen. Ich nehme dein... ...linken... ...ZM. Ich muss mich verabschieden von Max, de Power, Gruße. Nein, oder? Doch. Nein. 18 Spiele, 9 Tore, 6 Vorlagen. Bruder. Alter, das tut mir echt leid. Egal, ich habe ihn eh nicht mehr gespielt. Ah, ich höre nur Linken, ich denke, nein. Wen hattest du in der linken Innenverteidigung? Also Linksverteidiger war Cancelo. Und linker Innenverteidiger? Raphael. Okay, der war wahrscheinlich... Ich wusste, von Anfang an habe ich gesagt, okay, irgendwas links. Ich war ja entweder Linksverteidiger oder linker ZM. Zum Glück nicht Linksverteidiger, das ist ja ein bisschen klar. Ja, ja. Das war es auf jeden Fall für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like nach oben. Daumen nach oben nicht vergessen. Und ich würde sagen, einmal... ...Rip, Gruße unten rein, schreiben in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich bin raus. Du hast die letzten Worte, bis dahin. Ciao. Und rein hat natürlich Spaß gemacht. FIFA hat wieder richtig Bock gemacht, was wir machen. Gruße habe ich hier nicht mehr gespielt. Das passt gerade. Ja, wir haben jetzt rein. Ciao.